Musik Fabers Freundin Ella erbte eine Katze, als ihre Oma zu alt wurde, um das Katzenklo sauber zu machen. Und der Opa von Fabers Freund Ben gab ihm sein Modellschiff, bevor er ins Altersheim ging. Was bekam Faber, als sein Opa beschloss, zu seinem Bruder nach Amerika zu ziehen? Wer bitte zieht als Opa noch nach Amerika? Einen kleinen Teppich. Damit du mich besuchen kommst, sagte er zu Faber, während er seine Kartons zum VW-Bus schleppte. Opa hatte ziemlich viele Sachen, aus allen Ecken der Welt. Sogar einen echten Schrumpfkopf. Warum hat er Faber den nicht gegeben? Aber nein, Opa hängte ihm den Teppich über die Schulter. Das ist mein größter Schatz, sagte er. Ein Geschenk von einem Freund in Damaskus. Hab ihn mal vor Piraten gerettet. Alles weitere steht hier drin. Dann schob er Faber einen Brief in die Hosentasche und fuhr davon. Ein Geschenk von einem Kima. WörthODLREG WRT Ela, صديقة فابا, قطة. بعد أن كبرت جدتها في السن، ولم تعد قادرة على تنظيف مرحاض القطة. Und er hat sich mit dem Bein, Freund von Faber, von ihm auf Mödel-Safinne vor dem Bein zu den Bein-Müssenen. Und was ist das für Faber, wenn er sich für Faber gewonnen hat, wenn er sich für Faber gewonnen hat, er hat sich für Faber gewonnen hat. Seitdem er, in Amerika ist er, hat er sich für Faber gewonnen hat. Er hat sich für Faber gewonnen hat. Er hat sich die Villa aber auch um die Anzeigen zu dem anderen. Er hat sich ein Teil von der Erachtung in die Fahrräume hinweg, und er hat sich jede Menge an den ganzen Welt verletzten. Er hat dir auch eine Kuhn-Kum-Kum-Kum-Kum-Kum. Warum hat er das denn eine Kuhn-Kum-Kum-Kum-Kum-Kum? Aber, nicht! Er sagte, er hat er, was er sagt, das ist eine größere Kuhnose. Er ist ein Freund von Dymashk. Ich habe ihn von dem Krasnischen. Alles, was er hat er, findet er hier. Er hat er, was er. Und er hat er, was er. Und er hat er. Sayara.